Ach ja. Oh Mann. Das ist jetzt aber gerade hart. Ei, 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 ei. Also ich würde sagen, entweder Aufnahmepause oder mal zum Arzt und auf Alzheimer untersuchen lassen, wenn man darüber echt keine Witze macht. Und hier? Ja. Passt. So. Vielleicht könnte man ja den hier noch wegnehmen und dann den hier da hinsetzen. Ne, der sieht irgendwie kack aus, oder? Ne, der wieder weg. So, das passt ja schon mal ganz gut. Jetzt müssen wir allerdings hier noch etwas tun. Und zwar müssen wir jetzt hier hinaus buddeln, kloppen. Okay, mit so einem langen Weg habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht gerechnet. Aber da sind wir auch schon draußen. Schon. So, und jetzt kommt hier überall Erde hin. Kennt ihr ja, was hier passiert. Äh, nix frei, oder was? Können wir rauskloppen? Eigentlich ja nichts, ne? Ja, wir sind hier ja direkt. Hä? Ach so. Ach so, da liegt ja noch was. So, ähm, dann werde ich mal doch hier eben was ablegen. So, und zwar etwas von dem Cobblestone. Mich nervt die Musik gerade ein bisschen. Zack. Auf die Tastatur gedrückt. Auf die Tastatur gedrückt. Ja, der kann auch weg. Äh, da, 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 da. Wo war denn hier jetzt? Ach man, lass ich das mal verwechseln. Ich glaube, hier oben hatten wir die Flint. Hatten wir das hier? Haben wir reingeguckt? Nein, hatten wir nicht. Haben wir es hier? Hier hatten wir es. Zack. So. Sonne steht noch recht hoch am Himmel. Äh, ich bin hier schon wieder falsch. Eieieiei. Also wie gesagt, jetzt gleich ist wirklich tatsächlich die Aufnahmepause dann mal dran. Sonst wird das hier heute nichts mehr mit mir. Dann machen wir mal Zweier. Ne Zweier machen wir hier draus. Flotten Zweier. So. Her mit The Earth. Wir müssen ja auch irgendwie den Earth Song singen können. Earth. So. 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 Jetzt, äh, Fackel. Einmal hier hin und einmal. Wie weit kommen wir da rein? Ah, geht's rein weiter. Jo. Da hin. So. Jetzt müsste das hier eigentlich nach und nach alles grün werden. Eigentlich. Ich glaube, hier unten ersetzen wir mal auch noch durch Holz. Oh. Sehr schlau. Oh nein. Ah ne. Okay. 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 Ich überlege gerade. Ich, ich denke. Ja. Liebe Leute. Ich denke. Ähm. Ich teste. Jetzt teste ich, liebe Leute. So. Äh. Dann muss das hier aber auch noch weg. So. Warte mal. Warte mal kurz. Warte. Warte. Äh. Hier so. Äh. So. Jetzt stimmt's. Ähm. Das küt, küt weg! Hopp. Flup und flup und flup und flup. Hopp. Hopp. Hopp, 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 hopp. So, 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 so und so. Leider kommt jetzt natürlich wieder hier ran. So. Mhm, 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 mhm. Jetzt, ich glaube, wir haben ja uns, wir haben uns noch nie Laubwerk besorgt, oder? Nee, haben wir nicht. Schere her. Und ein wenig Laub besorgt. Komm her, ihr Bäumchen, ich mach euch nackig. Komm her, ihr Schätzeleide. Rechtsklick. Linksklick. Ausrasten! Biva! Reiß euch die Klamotten vom Leib. Das Laub vom Leib. Hahaha. Zudem, aber ein bisschen mehr mit. Irgendwann verbute ich einfach mal. Brauchen wir das nochmal? Ich weiß es allerdings nicht. Woher soll ich denn das denn jetzt auch schon wissen? Ich hab nicht mein ganzes Let's Play durchgeplant. Genau genommen. Äh. Sind nicht mal meine einzelnen Sessions geplant. Passiert dann halt einfach alles immer einfach so. Also ich hab vielleicht schon mal hier und da so einen kleinen Gedanken. Ähm. Was ich denn mal so machen könnte. Aber die meisten Dinge kommen dann halt erst während der Aufnahme. Während ich hier so durch die Minecraft fällt. Irre. Und ich sage hier ganz bewusst Irren. Weil ich tatsächlich oftmals kein Schimmer hab, was ich hier denn eigentlich tue. So. Und reicht dann jetzt aber auch. Außerdem habt ihr ja mitbekommen. Meine Scissor Sister ist kaputt. Kaputski. Äh. Okay. Nase zuhalten und. Das Wasser war nicht tief. So. Und wieder nach unten. Zack. So. Jetzt hier mal das Ding. One, two, three. Na. So. Ich bin nicht ganz so sicher, ob das funktioniert. Also ob das aussieht. Was ich mir so gedacht habe. G'tacht habe. Das ist quasi ein In-House-Tree. Ja. Funktioniert das aus über Eck? Man weiß es nicht. Ich teste das mal. Wie immer. So. Plopp. Ah. Ach so. Inventarvoll. So. Dann können wir noch hier reingehen. Hier oben noch ein bisschen was von dem grünen. mit dem grünen. Das Ganze begrünen. Könnte man natürlich auch hier. Ne. Wir wollen das mal nicht übertreiben. Das reicht so. Das ist. Beziehungsweise. Das ist schon wieder zu viel. Das kommt noch weg. So. Hopp. Ist doch schön, wenn man hier so einschläft. Ja. Dann kann man schön so in Richtung Natur gucken. Ist das nicht toll? Mann. Manchmal bin ich schon ein richtig geiler Typ. Oh. Das Gras ist ja mal gar nicht so langsam. Das ist gut. Mir fällt gerade ein. Wir müssen ja das hier irgendwie noch zum. Rüberwachsen bringen. Insofern. Werden wir einfach mal. Einen auf. Den machen. Ne. Kann man auch noch anders machen. Ne. Lassen wir doch. Na. Uh. Jetzt hier. Hopp. Ne. Das macht keinen Sinn. So ist schon besser. Besser. So. Vielleicht wächst es da ja noch schneller. Ich weiß es nicht. Wir testen das. Ähm. Ja. Ich glaube das gefällt mir ganz gut. Okay. So. Jetzt setzen wir uns hier einfach mal hin. Und genießen. Das Ende. Dieses ereignisreichen. Tages. Beziehungsweise diese ereignisreichen. Minecraft Session. Es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Meine lieben Freunde. Und ich freue mich bereits jetzt. Auf die nächste Aufnahme Session. Wie gesagt. Wenn es mal etwas länger dauert mit dem Minecraft folgen. Dann liegt es ganz einfach daran. Dass ich euch Qualität präsentieren will. Nicht Quantität. Denn darum. Sollte es im Leben ja auch gehen. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Ich wünsche euch eine gute Nacht.